Das bin ich mit verbundenen Augen mitten in London, kurz bevor ich aus dem Taxi geworfen werde, um auf den Meter genau rauszufinden, wo ich mich befinde. Um innerhalb von 10 Minuten auf einer Karte exakt sagen zu können, wo ich war, musste ich zuerst nach Anhaltspunkten auf der Straße suchen. Diese Straßenkarte hat mir geholfen zu verstehen, wie die Umgebung auf einer Karte aussieht. Jetzt kenne ich zwar die unmittelbare Umgebung, aber London hat 9 Millionen Einwohner und ist absolut riesig. Darum musste ich unter Zeitdruck noch irgendwie rausfinden, in welchem Viertel ich war. Nachdem ich die ganze Straße abgesucht hatte und die Hoffnung schon fast verloren war, habe ich dieses Schild gefunden. Ich war im Londoner Bezirk Lambeth und dann musste ich nur noch in die Karte reingehen und den exakten Spot anklicken. Gönnt ihr das ganze Video auf YouTube, um zu sehen, wie nah ich war.